Das Judentum ist eine der ältesten Religionen. Die Tora ist für Juden ein heiliges Buch. In der Tora stehen die zehn Gebote, die Prophet Moses von Gott offenbart bekommen hat. Die Juden glauben an Gott und nennen ihn, Jahwe, dies bedeutet, ich bin da. Der Gottesname wird aus Respekt nicht ausgesprochen. Sie glauben, dass Gott sie als sein eigenes Volk auserwählt hat. Der Ruhetag der Juden ist am Samstag und wird Sabbat genannt. An diesem Tag dürfen die Juden keine Tätigkeit verrichten. Sie konzentrieren sich an diesem Tag nur auf Gott. Am Samstag versammeln sich die Gläubigen in der Synagoge. Das ist das Gebetshaus der Juden. Alle Gläubige beten dort dreimal täglich. Dort leitet der Rabbiner den Gottesdienst. Er ist der Gemeindeleiter der Synagoge. Ein bekanntes jüdisches Symbol ist der Davidstern. Er besteht aus zwei untrennbar verflochtenen Dreiecken, die für die Verbundenheit der Menschen mit Gott stehen. Juden achten sehr darauf, dass ihre Speisen, Koscher, also rein sind. Das bedeutet, dass sie beispielsweise Fleisch nicht mit Milchprodukten zubereiten und auch kein Schweinefleisch essen. Das Christentum ist eine Religion. Sie ist später als das Judentum entstanden. Für Christen ist die Bibel ein heiliges Buch. Sie hat zwei Teile. Das Alte Testament und das Neue Testament. Am Sonntag versammeln sich die Gläubigen in der Kirche. Das ist ein besonderer Wochentag für die Christen. Dort leitet der Pfarrer den Gottesdienst. Die Christen haben tägliche Gebete, jedoch ohne feste Gebetszeiten. Das wichtigste Symbol der Christen ist das Kreuz. Es erinnert sie an dem Tod Jesus am Kreuz. Er forderte die Christen dazu auf die zehn Gebote, die in der Bibel stehen, einzuhalten. In der Bibel stehen zum Beispiel kaum Speiseregeln. Die Christen glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist und nach seinem Tod am Kreuz wieder auferstanden ist. Das bedeutet folgendes. Die Christen glauben, dass Gott drei in einem ist. Gott als Vater, Sohn und den Heiligen Geist. Das nennt man Dreifaltigkeit, Dreieinigkeit. Der erste Prophet im Islam ist Adam. Die Muslime glauben, dass Gott in der Geschichte viele andere Propheten geschickt hat. Josuf, Josef, Musa, Moses und Isa, Jesus. Aber der letzte Prophet Gottes ist Muhammad. Die Muslime gehen am Freitag in die Moschee, um dort gemeinsam zu beten. Dort leitet der Imam das rituelle Gebet. Das rituelle Gebet wird auch Salah genannt. Muslime beten fünfmal am Tag. Das islamische Symbol ist der Halbmond, der oft auf einer Moschee zu sehen ist. Das heilige Buch heißt Koran der mit dem letzten Propheten Muhammad offenbart wurde. Er ist das Wort Gottes. Muslime glauben an den einzigen Gott. Zu Gott sagen sie auch Allah. Mit dem Aussprechen des Glaubensbekenntnisses, Schahada, wird man zum Muslim. Das ist die erste Säule im Islam. Im Islam gibt es fünf Säulen, die für das gemeinsame Leben sehr wichtig sind. Deshalb sind die fünf Säulen für die Muslime eine Pflicht, sich daran zu halten. Speisen müssen nach den islamischen Glaubenssätzen, halal, also, erlaubt, sein. Schweinefleisch gilt als unrein und ist somit nicht erlaubt. Auch das Trinken von Alkohol ist im Islam nicht erlaubt. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.